Grüß euch und hallo zusammen. Schönes Wetter haben wir, aber windig wird es auch. Morgen soll es wieder regnen und ich habe mir gedacht, ich packe jetzt mal meinen Radlader und fahre mal hinauf zu der Hecken und den Heckenschnitt ein bisschen zusammen und ein bisschen aufräumen, weil da war einfach die letzte Zeit die Böden zu feucht. Ja, weil wir gerade da sind, vielleicht noch ein bisschen Wort zu meinen Silagen. Ihr kennt es ja, die meisten haben vielleicht das auch schon gesehen, was ich da habe. Also im Moment verfütter ich hier einen zweiten Schnitt. Das ist ein Grassilo, wo wir ein bisschen ein Trockenheitsproblem hatten. Da war es ein Drucker im Juni und das ist ziemlich strukturreich, aber die Futterwerte sind gar nicht so schlecht. Da haben da irgendwie, das waren es 5,7 Nell oder so, sozusagen als Heuersatz zum Sattmachen. Und da drüben die Sandwich-Silage. Da unten kommt jetzt schon der erste Schnitt raus, weil wir ja davor auszilliert haben. Das ist der vierte Schnitt mit dem Ladewagen hier eingefahren. Obendrauf ein vierter Schnitt gehäckselt und dazwischen drin das Mais-Seeloch. Alles sehr schöne Ware. Ihr wisst ja, wir haben letztes Jahr ein bisschen Zusammenarbeit gehabt mit der Firma Böck. Der hat gemeint, der Flo hat mich mal auf der Messe angesprochen und hat gemeint, ich soll doch mal ihre Folien ausprobieren. Also wir haben hier die Arctic One Folie. Da haben wir nicht eben mit dem Radlader mal probieren, was kaputt gemacht. Da haben sie wieder dicht gemacht. Aber ihr seht es trotzdem hier. Überhaupt kein Schimmel drin. Wunderbares Zeug. Und oben drauf die Oasis-Abdeckfolie. Ich glaube, jetzt hoffentlich sage ich nichts verkehrt. Ich glaube, das ist 9 Lage. Oder war die schon 11? Ich weiß es nicht mehr. So eine Sauerstoff-Barrierefolie. Hat sich also hier sehr gut bewährt. Ihr seht ihr, das ganze Silo Schimmel frei. Alles wunderbar. Ich muss ganz ehrlich sagen, so wenig Ärger mit dem Schimmel wie diesen Winter hatte ich eigentlich noch nie. Also von daher scheinen die Folien echt gut zu sein. Jetzt schnappen wir uns mal einen Radlader und schauen wir, dass wir rauskommen. Ich habe heute die breite Silo-Gabel dran. Da gehen einfach mehrere. Boah, dann bringt man da halt richtig was rein. Ich habe jetzt da fast 100 Meter schon weggeschoben und sind genau zwei Stellen, wo ein bisschen was drin liegt. Also funktionieren tut es wunderbar. Schauen wir mal, ob ich euch irgendwo hinklemmen kann, dass ihr was steckt oder immer so einen Stecker reinsteckt. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ich habe nämlich kein Stativ dabei. Schauen wir mal, was mir reinfällt. Etwas? Goten? Transportation. Was ist margt? So, da soll noch mal jemand sagen. Meine paar Sachen hängen noch da, aber wir werden dann hier noch mit dem Mulcher vorbeifahren und dann kann man da wieder ein bisschen an die Hecken hinfahren. Das funktioniert wunderbar. Ruckzuck ist das Zeug aufgeräumt, aber der Boden muss nicht trocken sein, sonst macht man hier mit dem Rad noch eine furchtbare Sauerei. Und schon ist es wieder rum im schönen Wetter. Gestern noch die Hecken aufgeräumt und ein bisschen rumgeschoben. Und heute habe ich mir gedacht, dass wir das GPS-Gerät mal ein bisschen einrichten und kalibrieren. Aber zuerst muss ich ein bisschen Kraftfutter machen für meine Damen. Radlader steht schon bereit. Ich habe hier nicht nur die pelletierte Ware im Robby, sondern auch noch hofeigenes Kraftfutter und das wird da hinten in der Kraftfutterstation verfüttert. Dann habe ich hier ein fahrbares Silo. Das stammt noch aus der Vorroboterzeit und das fahre ich raus und hebe es mit dem Radlader unter die Schrobmühle. Und dann kann ich das Silo füllen und schiebe es dann wieder rein über den Trichter und dann wird hier die alte Kraftfutterstation eben mit hofeigenem Getreideschrot betrieben. Und die Damen mögen das. Das ist ja gerade so für die ganz frischmählenden Kühe, die einfach die ersten 100 bis 120 Tage bekommen, die dann noch ein bisschen extra kurz, dass sie da nicht so schnell vom Fleisch fallen. Nehmen wir das Ding einmal mit. Alles so eng gebaut, dass ich dadurch den Gang durchkomme. So, und da habe ich mein Schrobmüll herum. Da lasse ich mit dem Elevator die zwei Kisten voll und kann das dann hier über die Schrobmühle runterlassen ins Silo. Ich lasse die Gabeln ein Stückchen raus und stelle den hier her. Die Kühe haben wieder ihr Kraftfutter und jetzt schnappen wir uns den alten 6er und dann einmal das GPS Lenksystem vom EDA kalibrieren. Ich habe euch ja im letzten Video schon den Einbau von dem System beschrieben, sage ich jetzt mal. Also das ist ein Primo Plus AT2 RTK Lenksystem von der Firma EDA. Die Firma EDA hatte mich kontaktiert und gefragt, ob ich Bock hätte das mal auszuprobieren. Und natürlich hatte ich Bock das auszuprobieren. Ich habe also das System hier aufgebaut auf dem alten Schlepper. Ich werde jetzt mal loslegen und das System kalibrieren. Dazu fahre ich, dazu brauchen wir eine freie Fläche, die eben ist und wir brauchen mindestens 50 Meter Fahrstrecke. Und nachdem bei mir im Hof alles ein bisschen geneigt ist und da Gerinne drin ist und am Feld haben wir Buckel, fahre ich jetzt mal runter an den Sportplatz. Und dann schauen wir mal, ob wir da unten das ordentlich kalibrieren können. So, jetzt sind wir da im Dining am Sportplatz herum. Und hier habe ich eine gerade Straße. Die ist zwar ganz leicht abschüssig, aber das mache ich natürlich hier. Und jetzt werden wir die ganze Geschichte mal kalibrieren. Geht man hier auf Menü. Und geht auf Fahrzeugkalibrierung. Und dann starten wir die Kalibrierung. So, und jetzt fahren wir hier den Punkt A. Und jetzt fahren wir einfach mal gemütlich vorwärts. Spendigkeitsmäßig heißt es 5 kmh, das ist eine super Sache. Also oben sind ja im Dach auch diese Neigungssensoren und die ganze Geschichte. Das muss jetzt alles kalibriert werden und geschaut werden, ob wir natürlich dann auch auf den selben Punkt zurückkommen. Jetzt haben wir gleich unsere Fahrstrecke geschafft. So, Punkt B. So, drücken wir auf B. Jetzt lenken sie manuell, um das Fahrzeug zurück zum Punkt B zu fahren. Also erst umdrehen und dann automatisch fahren lassen. So wie es ausschaut, sind wir jetzt auf jeden Fall mal ein Stück zu weit. Rechts. Schauen wir mal. So ganz schlecht schaut es nicht aus. Ist auf jeden Fall schon ein sehr interessantes Fahrgefühl, wenn man nicht lenkt. Ich bin ja gespannt. Also tendenziell sind wir ein bisschen zu weit. Okay. So. Kalibrierung abgeschlossen. Okay. Ich habe alles eingestellt. Ich habe alles kalibriert. Und jetzt versuchen wir mal hier auf dem Feld, mal gerade Linie zu ziehen. Aber bevor wir das machen, ich habe hier einen Kalk dabei. Und jetzt werden wir uns immer an den Endpunkten die Außenkanten vom Traktor markieren. Mit ein bisschen Kalk quasi auf der Wiese. Und dann können wir mal messen, ob das auch passt. Oder ob er nach den Sternen fährt. Er soll ja nach den Satelliten fahren. Das ist zwar kein kleines Strich, aber so ganz grob kann man mal sagen, ob man richtig fährt oder ob man falsch fährt. Man vertrödelt da ganz schön Zeit, bis das Fahrzeug perfekt eingerichtet ist. Aber das muss halt sein. Aber inzwischen sind wir auf einem guten Weg. Was mich da am Anfang so ein bisschen irritiert hat, wenn man hier seine Antenne einstellt, sein Fahrzeug einstellt. GNS Empfängerposition relativ zur Mittelachse. Und ihr seht, das steht auf links. Und ich habe gedacht, ja, relativ zur Mittelachse. Bei mir ist Mittelachse Fahrtrichtung. Und ich habe gedacht, wir sind rechts. Und dann seht ihr das. Der grüne Punkt wandert auf die linke Fahrzeugseite. Und wenn ich hier auf links gehe, wandert er auf die rechte Fahrzeugseite. Und da hatte ich am Anfang ein bisschen einen Denkfehler drin. Aber jetzt sind wir schon richtig gut. Also wir sind jetzt ungefähr, so ein Zentimeter fehlt uns noch. Und jetzt erhöhen wir das hier von einem Zentimeter auf zwei Zentimeter. Nächster. Speichern. Das ist ja ganz wichtig, wenn man fährt, dass der quasi die Spuren wirklich parallel fährt. Und wenn er auf der einen Seite 10 Zentimeter Abstand macht und dann auf der anderen Seite 30 Zentimeter Abstand, hat man beim Vor- und Zurückfahren immer wieder Streifen und Überlappungen. Und jetzt sind wir quasi auf drei Zentimeter herunten. Jetzt habe ich es nochmal in Zentimeter verstellt. Und jetzt hoffe ich, dass wir einen gleichen Abstand zusammenbringen. Und da machen wir jetzt nochmal einen Versuch. Da fahre ich immer so eine gewisse Strecke, damit man da dann eben, damit er sich schön einfuchsen kann und messen würde ich dann immer in der Mitte. So, ich kann wieder umdrehen. Ich würde sagen, ich steige jetzt mal aus und messe mal, ob wir da wirklich auf dem Punkt sind. Schauen wir mal an einer anderen Stelle. So, ja da haben wir 22, 23 ungefähr. Und hier 22, ja 22, ja ich glaube das schaut gut aus. Schauen wir mal an. Aber ihr seht, wir haben ein richtiges Maus- und Mäuse-Problem gekriegt über den Winter. Da haben wir auch 22, sowas. Ja, ich würde sagen, das schaut gut aus. Und hier 23. Das passt. Das GPS ist richtig eingestellt. Oh, nächste Woche fangen wir das Güllefahren an, oder? Schauen wir mal. Oder Wiesen strickeln. Wir müssen hier auf jeden Fall die Wiesen strickeln, nachsäen. Boah, auf jeden Fall ganz schön Mäuse da drauf. Lauter Laufmäuse, die sind natürlich ein bisschen schwer zu fangen. Schauen nicht so toll aus, die Wiesen. Machen wir wieder pflegen. Strickeln, säen, walzen. Viel Arbeit fürs GPS-Gerät. Das ist schon ein seltsames Gefühl, wenn man gefahren wird und nicht selber lenken muss. GPS-Gerät ist richtig eingestellt. Mit der Genauigkeit bin ich zufrieden. Das passt. Gerät ist bereit. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei der Firma EDA. Und beim Streitenberger Simon für das tolle Primo Plus AT2 RTK Längssystem. Besondere Grüße gehen auch raus an Jakob vom EDA. Der hat mir hier beim Einrichten von dem Gerät sehr geholfen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, der technische Support beim EDA war wirklich hier top. Wenn man anruft, dann wird einem geholfen. Und da haben wir alles eingerichtet. Updates gemacht. Und es läuft. Wunderbar. Als ich da sage, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt es uns einen Daumen hoch oder zwei. Und pfiert euch. Bis zum nächsten Mal. Jetzt habe ich zum Filmen wieder die Hände frei. Weil der Bulldog lenkt von selber. Und schaut her, da sind meine Kalkmarkierungen. Und ich treffe sie. Genau mitten rein. Ey, super. Das ist eine Geschichte. Super Sache. Werd.